Wir müssen durchs Labor, um zum Zugangspunkt S2 zu kommen. Alles klar. Fuck, versteckt euch. Runter, runter. Ganz ruhig. Hey, was macht er da? Vielleicht geht er ins Labor. Ist er noch da? Wollen wir hinterher? Ich hab den Code nicht, nur die Karte. Ich hab ne Idee, die Thermokamera. Ja. Ist er weg? Ja. Moment, die Thermokamera. Und jetzt? Was meinst du? Pass auf, ich schalte sie ein. Die Taste, die er zuletzt gedrückt hat, die muss am wärmsten sein. Also die 8, die 7. Die 3. Die 3 und die 4. Ja, das bedeutet 4, 3. 7, 8. Genau. Ja, scheiße, du bist ein Mann. Das ist ein Niemann. Sind das Käfig? Das Labor. Ist ja krass. Mein Dad hat von diesen F- und E-Labors erzählt. Zieht euch das rein. Wow. Oh mein Gott. Kommt mal her. Noch nie gesehen. Was? Sieh mal. Antigravitation. Das ist der Wahnsinn. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich nicht irre bin. Mein Dad hatte recht. Ich wusste es. Warum verstecken Sie das? Alter, hier ist weißes Blut. Wir müssen weiter. Kann auch was anderes sein. Der Typ in der Bar hat davon erzählt. Kann sein. Ich weiß nicht mehr. Wir müssen weiter, Leute. Nein. Vom Labor müssen wir auf jeden Fall ein paar aufschlagen. Verschwinden wir. Moment. Hier ist noch mehr. Komm mal her, Jelena. Hier ist noch mehr. Ach du Scheiße. Siehst du das? Was ist das? Das ist das krasseste, was ich je gesehen habe. Sieh dir das an. Reed, komm her. Das musst du sehen. Hey Leute, kommt her. Das müsst ihr euch mal ansehen. Leute, das Ding spielt verrückt. Reed, sieh dir das an. Oh fuck. Was war das? Keine Ahnung. Was war das? Wir müssen sofort hier raus. Alles okay, Reed? Wir müssen weiter. Was war das? Die haben uns bestimmt gehört. Los. Ja. Wir müssen hier raus. Kommt schon. Los, Leute. Raus hier. Wartet, 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 wartet. Darren. Darren, was machst du? Darren, komm jetzt. Das Ding ist geslogen. Was zur Hölle war das?